Was ist denn da? Ja, alles und gar nichts. Ja, nein. Sind auch die Arbeiter wichtig. Das versiedelt ist. Ich würde so sagen, wenn ich jetzt wieder von Anfang... ...eine Verkunft zu machen. Es ist nicht so eine Sache, wo einer auf am Morgen sagt, jetzt, wie kann ich kochen? Man muss auch ein bisschen eine bestimmte Geschichte, Kultur oder so. So, ich denke. So meinte ich jetzt. Die Suche von der Schönheit. Aber wenn es keine Kunst ist... Ich würde wieder die gleiche machen. Er hat vergessen zu sagen, aber Moment, es ist nicht nur ein Spiel und Spaß, weil wir ein bisschen billig sind. Das ist wichtig. Aber ich bin Kunstler geworden. Ein bisschen, was man braucht, oder? Keine Karte, ein bisschen. Ein bisschen. Sie stelle ein bisschen mehr zusammen. Man muss ein Kunstler wissen. Ein bisschen die Ecke gehen. Um seine Sache zu sagen von ihm. Aha! Ich habe bekommen von jemand, diese Schießapparate verboten. Das ist doch hier, die hast du dann auch mal so ein bisschen, bis du so drehen kannst. Das ist kompliziert. Dann habe ich mir so ein Ding gekauft, das geht jetzt nicht um die Aussagen, das muss eben etwas Nobles sein. So, zwei Bier. Das kannst du nicht jeden Tag essen. Wer hat die eingelegt vorher? Ich rühre die sogar nur um diese Dinge ab. Das war das Biest. Ich mache mal den Öfen, oder? Da kann ich ihn mitnehmen, aber sind ein bisschen schwerer. Öl. And a little bit smaller. Warte. Okay. Das ist einfach, wie das auch die Länge geht. Das ist die bricks. Ich habe das so viel mehr so was kann. Es ist immer noch, dass ein Fahrrad mehr ein bisschen mehr so ist. Ich bin echt nicht mehr. Das ist eigentlich nicht mehr so, wie es ist. Das ist ja, das ist ja, das ist ja. Vielen Dank. 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 Das Cockodrill! Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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